Hallo, du weißt jetzt etwas über Farben in JavaScript und wie man zeichnet. Und damit kann man schon eine ganze Menge Sachen machen, zum Beispiel so ein Gesicht zeichnen mit Baskenmütze. Und das Schöne am Computer ist, dass man nachträglich alles ändern kann. Das heißt, ich kann zum Beispiel den Hintergrund jetzt nachträglich dahinter fügen. Und das geht hier. Hintergrund mit der Funktion Background. Ganz normale Funktion, Klammer auf. Und dann die Farbe wählen. Okay, schon habe ich einen Hintergrund. Das ist jetzt aber kein wirklicher Hintergrund. Eigentlich macht der Computer da nichts anderes, als dass er nur die ganze Fläche mit Farbe ausfüllt. Und das kann ich daran sehen, dass wenn ich das kopiere und ganz nach unten nehme und hier einfüge, dann verschwindet das Gesicht. Also alles das, was er vorher gemalt hat, weil er hier nochmal an der Stelle nochmal den ganzen Hintergrund malt. Das macht jetzt nicht so viel Sinn, weil ich male ja alles vorher und dann mache ich es wieder weg. Deswegen mache ich das mal wieder weg hier. Aber vielleicht gibt es Möglichkeiten, so etwas einzusetzen. Okay, was kann ich noch machen? Ich kann zum Beispiel, vielleicht hat er schlecht geschlafen, ist spät ins Bett gegangen. Und dann muss ich ihm seine Augen ein bisschen kleiner machen. So, das kann ich machen. Oder der Schnurrbart ist auch nicht so schön, der ist ein bisschen dünn. Und dafür braucht man einen neuen Befehl, wenn ich den Schnurrbart ein bisschen dicker machen will. Und zwar ist der mit Linien gemacht. Und Linien haben ja keine Füllfarbe. Also ich kann natürlich auch die Farbe ändern von dem Schnurrbart, aber ein roter Schnurrbart ist auch nicht das, was wir wollen. Okay. Aber ich kann die Dicke ändern. Und zwar geht das mit Stroke, oh, nein, Stroke Weight. Stroke Weight ist das Gewicht von der Linie. Und da sage ich zum Beispiel 5, das sind auch 5 Pixel, also 5 Punkte. Und schon ist das dicker. Kann auch 10 sagen, dann wird das ganz dick. Wie ich will. Also das ist Stroke Weight. Aber das ist jetzt noch gar nicht wirklich das Spannende. Spannender fände ich zum Beispiel, wenn ich diese Baskenmütze ein bisschen kippen könnte. Weil so eine Baskenmütze sitzt eigentlich nie gerade auf dem Kopf. Und das geht tatsächlich. Nur müssen wir da jetzt ein anderes Konzept noch dafür anschauen. Und zwar weißt du bestimmt noch, dass wir die Koordinaten hier links oben in der Ecke, also den Ursprung des Koordinatensystems, hier oben in der Ecke hatten bei 0,0. Und hier unten war ja 400, 400. Und das muss jetzt nicht immer so sein. Das heißt, der Computer hat eine Ebene dazwischen gelegt. Ich kann das mal reinzeichnen. Der hat jetzt so eine Ebene dazwischen, auf der sich eigentlich diese Koordinaten befinden. So. Und die deckt sich am Anfang genau mit dem Bildschirm dahinter. Okay. Aber ich kann die verschieben. Ich kann die zum Beispiel 100 Pixel dahin verschieben. So. Nach x und nach y. Und dann habe ich den gleichen Bereich. Also diese Ebene, wo die Koordinaten drin sind. Den habe ich dann hier. Okay. Und dann verschiebt sich alles das, was da reingemalt wird. Das heißt, der neue Nullpunkt ist dann hier. Aber schauen wir uns das praktisch an, wie das geht. Okay. Also ich gehe jetzt mal hier oben hin. Und die Funktion, die ich dafür brauche, die ist translate. Ich sage einfach translate, comma 100, comma 100. So. Und der Kopf hat sich verschoben. Und ich kann jetzt zum Beispiel das Ganze verschieben. Ich will nach oben, nach unten. Das heißt, diese Ebene, die ich vorhin eingezeichnet habe, die verschiebt sich dann mit. Jetzt ist es so, dass dieses translate genau in dem Moment gültig ist, ab dem ich das schreibe. Wenn ich jetzt das hier wegnehme, dann springt der Kopf wieder in die Mitte. Und jetzt überspringe ich mal die Ohren hier und das Gesicht und die Nase. Ich fange mal vor der Baskenmütze an. Und sage, ab der Baskenmütze sollst du das Koordinatenkreuz verschieben. Und das macht er dann genau so. Das heißt also, das Gesicht und die Nase und die Ohren, die bleiben. Und alles das, was ich danach zeichne, das wird dann verschoben. Okay. Ich kann auch zum Beispiel das Ganze vergrößern. Also ich kann nicht nur verschieben, ich kann auch vergrößern. Und das mache ich mit Scale. Zum Beispiel mit 1,5 Faktor. Und dann wird es 1,5 fach so groß. Dann muss ich wieder, damit der Kopf in der Mitte ist, das wieder reinrücken. Und das geht auch mit negativen Zahlen. Das heißt also, ich kann das oben links rausrücken. Okay. Und jetzt sind wir wieder ungefähr in der Mitte. Ich kann auch den Kopf kleiner machen. Okay. Das geht alles. Gut. Aber jetzt wollten wir ja eigentlich die Baskenmütze rotieren oder kippen. Und da gehe ich jetzt zu der Baskenmütze hin. Und das Erste, was ich mache, ist, dass ich mir das Koordinatenkreuz erst mal an die richtige Position setze. Und das mache ich so, dass ich jetzt hier schaue bei der ersten Ellipse. Wenn ich die auskommentiere, dann sehe ich, was das ist. Aha. Das ist dieser Bereich. Dann nehme ich die x- und die y-Koordinate. Die kann ich mir jetzt mal rauskopieren. Die merke ich mir an. Und die setze ich auf 0. Beide setze ich auf 0. Und dann geht die hier oben in diesen Bereich. Und dann mache ich dieses Translate. Also ich verschiebe meinen Bereich genau dahin. 200, 145. Und die Baskenmütze ist wieder genau an derselben Stelle. Okay. Aber die anderen Teile vom Gesicht sind natürlich nach unten gerutscht. Aber die beachten wir jetzt mal nicht. Das sieht ein bisschen wie Chaos aus da unten. Aber das lassen wir jetzt mal. Was auch verschwunden ist, ist diese nette Bommel. Von der Baskenmütze, den wollen wir natürlich auch wieder haben. Und den kriegen wir hier. Also das ist dieser Bommel. Der sitzt im Moment auf 225. Und da wir das 200 verschoben haben, müssen wir diese 200 hiervon abziehen. Das heißt, 225 minus 200, das sind 25. Und von den 125 müssen wir die 145 abziehen, weil wir ja das Koordinatenkreuz verschoben haben. Und da kommt dann raus, minus 20. Und dann ist der Bommel wieder an der richtigen Stelle. So, und jetzt kann ich einfach hingehen und das Ganze rotieren. Ich sage Rotate. Das ist die Funktion zum Rotieren. Und dann sage ich einfach nur einen Winkel, zum Beispiel 10 Grad. Zack. Und die Baskenmütze ist verschoben. Und ich kann natürlich hier denn die Position verschieben. Aber das mache ich jetzt nicht hier, sondern da verschiebe ich sozusagen das ganze Koordinatensystem temporär. Bis ich die Baskenmütze an der Stelle habe, an der ich sie eigentlich genau haben will. Okay, jetzt ist es schön. Gut, aber was mache ich jetzt mit den ganzen Dingen hier unten? Sieht ein bisschen kompliziert aus, die wieder hochzukriegen. Aber das ist überhaupt nicht so. Das ist total einfach. Und zwar, ich kann mit einem einzigen Befehl oder einer Funktion wieder diese ganze Ebene, die ich verschoben habe und rotiert habe, wieder zurücksetzen. Mit einem Befehl. Das heißt, Reset Matrix. Den wirst du häufig brauchen, wenn du das einsetzt. Und er hat keine Parameter, sondern er wird einfach so aufgerufen. Ja, und schon ist es wieder vollständig das Gesicht. Und die Baskenmütze ist gedreht. Ja, und jetzt noch eine Aufgabe. Wie du vielleicht schon weißt, kannst du unten auf den Link klicken, zum Gleich loslegen. Und dann kannst du das Ganze hier auch programmieren. Und die Aufgabe wäre, dass du ein ganz eigenes Gesicht machst. Und das dann abspeicherst als Spin-Off. Und zwar können das dann alle anderen, die hier dieses Tutorial machen, auch sehen. Und ich auch. Und ich bin schon gespannt.